Hallo liebe Camper! Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei MIGA Karaman in Dingesbühl. Endlich ist es soweit. Ich habe mir heute die Zeit genommen, habe den ganzen Versuchsaufbau montiert, wo ich ja schon lange darüber gesprochen habe und zwar den Solarplatten Langzeittest. Wir haben jetzt drei Module genommen, die wir nebeneinander hingelegt haben. Ich muss mal gucken, vielleicht ergänzen wir es noch um ein viertes Modul. Da müssen wir jetzt mal schauen, welches wir uns dann noch dazu ergänzen. Und der Versuchsausbau ist relativ simpel. Ich habe das hier hinter der Halle gemacht. Da nehme ich euch gleich mit auf die Hand und habe die schön sauber unten am Boden flach gelegt, weil am Wohnmobildach liegen die ja auch flach. Ich habe drei gleiche Solarregler montiert, Kabellängen gleich, alles gleich, damit es auch nichts verfälscht. Das ist ja eine ganz wichtige Sache, weil es muss ja alles schon konform laufen und damit es auch wirklich ein gleichwertiger Test ist. Für mich einfach wichtig in dem Fall rauszustellen, welche Platte ist denn im Langzeittest auch wirklich effektiver. Man sagt ja immer, es gibt bekannte Werkstätten, die sagen Schindelmodul oder Schwindelmodul oder weiß der Teufel was. Der eine schwört auf Backkontakt, sprich Blackkontaktzelle, der nächste schwört auf das. Und klar, wir haben auch unsere Favoriten, aber von der Logik her wollte ich eben einfach mal darstellen, was denn wirklich effektiv mehr Leistung hat. Um wie viel macht es denn aus? Wie viel Leistung sprechen wir denn da? Um was ist denn wirklich effektiv? Ist es dann auch vom Preis her gerechtfertigt oder ist es dann auch wirklich tolle Mehrleistung, dass man sagen kann, wow, damit kann ich wirklich was anfangen? Und all die Themen möchte ich eben mit diesem Langzeittest, wo ich da draußen aufgebaut habe, heute dementsprechend dokumentieren und natürlich euch auch nicht vorenthalten. Wir werden auch immer Zwischenvideos machen, damit ihr wisst, wie der Stand der Dinge ist und wir werden dann auch eine Excel-Tabelle anlegen, wo die ganzen Werte übertragen werden, damit man einen Monats-Jahress-Schnitt hat. Und für mich eben wichtig, das Frühjahr, den Herbst, den Sommer und den Winter. Und wo ist was am besten? Wann bringt was am besten? Wann fängt denn ein Hochvolt-Modul in der Früh an, Power zu geben? Und lauter solche Dinge, das ist mir ganz wichtig und das möchte ich eben damit ganz klar dokumentieren. Und auch, ganz ehrlich, ich bin selber gespannt, was dabei rauskommt. Also da freue ich mich schon richtig drauf und darum habe ich mir jetzt auch richtig durchgerungen. Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch machen oder muss ich noch machen und dann ist es top. Aber ich zeige euch jetzt mal, was wir aufgebaut haben und wie das Ganze ausschaut. So, hier haben wir jetzt unsere Module für unseren Solartest aufgebaut. Es schaut ein bisschen primitiv aus, aber es erfüllt komplett seinen Zweck. Und zwar haben wir hier die Module hinter unserer Halle, hier seht ihr unsere Halle, aufgebaut und hier etwas höher angelegt. Flach, ganz bewusst, weil natürlich die auch bei unseren Wohnmobildächern flach auf dem Dach montiert sind und somit hier auch genau das gleiche simuliert ist. Welche Module haben wir hier? Wir haben einmal das Modul Actifier mit 125 Watt Peak von WCS. Dann haben wir das 130 Watt 60 Volt Schindelmodul und dann haben wir noch hier hinten eine Backkontaktzelle mit 120 Watt. Also alles Module, die grob in der leichten, in der gleichen Liga spielen. Und hier möchte ich jetzt einfach mal einen richtigen Langzeittest fahren. Wir müssen mal gucken. Interessant für mich ist natürlich immer der Tagesschnitt plus minus auch der Monatsschnitt. Weil ich ja die These aufgestellt habe, es ist immer kein guter Test, mal eben drei Module in die Sonne zu schieben und zu sagen oder auch einen Tag und dann zu sagen, das oder das ist das Beste. Weil es ist jedes Modul von so vielen Faktoren abhängig, Witterung, Temperatur, Sonnenstand und so weiter, dass ich mir sagen kann, eigentlich kann man es erst richtig sagen, nach zwölf Monaten, wenn man mal einfach Sommer, Winter, Herbst komplett durchlaufen hat. Und natürlich auch noch das Frühjahr. Und genau das habe ich vor. Also ich will die wirklich hier zwölf Monate liegen lassen. Mal gucken, ob sie es hier klauen. Es ist ein eingezäuntes Grundstück, normalerweise nicht. Hier dürfte eigentlich nichts passieren. Die sollten hier zwölf Monate liegen bleiben, exakt an dieser Stelle. Und wir haben dann hier auch die ganzen Kabel extra hier ins Haus reingeführt. Kabellängen sind auch alle gleich, damit hier keine Bevor- oder Benachteiligung ist. Hier haben wir exakt drei gleiche Solarregler montiert. Jedes Mal den 130. Ich habe die Victron genommen, weil die über Monate exakt aufzeichnen. Und das ist natürlich eine geschickte Sache auch für mich, damit man genau nachvollziehen kann von den Werten her, was da jetzt abgeht. Und wenn wir jetzt mal schnell da reingucken. Na, geh auf. Kann man auch kurz mal den Laptop anschmeißen. Dann sehen wir hier schon. Voila. Die App. Und jetzt aktuell sind wir mit einem Modul verbunden. Das wird auch noch ein bisschen anders gelöst, sodass wir alle drei dann immer nebeneinander sehen. Da habe ich noch ein paar Kabel bestellt. Und dann sehen wir jetzt hier schon, das ist jetzt das Hochvolt-Modul. Und hier sehen wir schon, dass wir natürlich jetzt nichts mehr sehen, weil jetzt lädt er natürlich nicht mehr. Jetzt ist alles aus. Klar, es ist ja Nacht. Aber wir sehen auch, dass an dem heutigen Tag hier schon mal 30 Wattstunden gekommen sind. Und jetzt nehme ich einfach mal einen Vergleich. Das merken wir uns jetzt einmal. Und ich schalte jetzt mal schnell hoch. Hier haben wir eine 84-prozentige. Also da haben wir schon ein paar Prozent mehr. Also wir beobachten das. Wir halten das exakt im Vergleich. Und da nehme ich euch natürlich mit dem Versuchsaufbau hier komplett mit. Und werde euch immer wieder berichten und immer wieder gucken, wie denn letztlich die einzelnen Module, was die tun, wie die sich verhalten. Und ja, wer sich letztlich dann als starkes Modul herausstellt. So, ich glaube, das kann sich sehen lassen, der Aufbau. Ich glaube, dass das echt fair ist. Und dass das auch wirklich dementsprechend dann einen richtigen Wert widerspiegelt, was uns ganz wichtig ist, um wirklich festzustellen, wie viel Ertrag kann ich denn aus welcher Platte rausziehen. Oder was spielt denn wirklich dieses Hochvolt so viel Rolle, wie jeder sagt oder eben nicht, wie auch viele sagen. Da gibt es ja ganz viele Meinungen und immer ganz viele Themen, die dann dementsprechend für Verwirrung sorgen. Und da möchte ich immer ein bisschen aufräumen und möchte eben das auch dann fundamentiert beweisen. Der Langzeittest einfach aus dem Grund, weil ich wirklich ein Gegner davon bin, mal Solarplatten eben mal kurz nach außen zu schieben, auch wenn es für acht Stunden nach außen ist oder auch für drei Tage. Letztlich ist es nur bedingt aussagefähig, weil das sagt ja nur die Leistung, den Ertrag in diesem Moment, in diesen drei Tagen. Aber was ist denn, wenn die Temperatur 20 Grad höher ist oder 20 Grad tiefer ist? Oder was ist denn, wenn es früher hell oder die Sonne im Sommer ganz anders steht wie im Herbst? Das alles sagt eben so ein Test nicht aus. Und das ist eben genau der Punkt, den ich da ein bisschen abändern möchte und möchte eben einen Langzeittest machen, der wirklich 365 Tage geht vom heutigen Tag an. Weil ja nur dann kann ich effektiv eine genaue Leistung, eine genaue Darstellung von den jeweiligen Platten darstellen. Anders geht es ja gar nicht, weil ich dann die verschiedenen Temperaturen, Jahreszeiten drin habe und alle Platten das Gleiche durchlaufen. Und auch noch eine Kleinigkeit, wenn ich nämlich neue Platten nehme, dann setzen die ja oder sind die ja schön sauber, alles passt. Auf unseren Dächern in dem Wohnmobil setzen die ja durch Regen, Staub, durch Blüten, Pollenflug eine Staubschicht auf. Auch das fehlt nämlich immer in den ganzen schönen Tests. Die Platten sind alle picobello sauber, aber die Wahrheit ist ja, auf unseren Dächern schaut es ein bisschen anders aus. Und auch deswegen habe ich diese Platten heute geputzt. Jetzt bleiben sie liegen und sie werden nicht mehr geputzt. Wir gucken mal, wie sich da der Ertrag ergibt. Und dann werde ich sie natürlich nach einer gewissen Zeit mal wieder putzen. Auch da, ob sich da Unterschiede ergeben. Auch das werden wir vermerken und dementsprechend eine Tabelle erzeugen, wo das alles dann drin steht. Und ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Test mit super tollen Erkenntnissen, die man ja so noch gar nicht gehabt hat, weil diesen Test hat so noch keiner gemacht. Und da möchte ich eben einfach mal Sache jetzt einfach mal aufräumen, um einen echten, wirklichen, guten Solarplatten-Solar-Modul-Test darstellen zu können. Und wenn ihr noch vielleicht eine Idee habt, eine besondere Platte euch interessiert. Ich sage jetzt mal, ich lasse mir noch, heute haben wir Freitag, ne, heute haben wir Donnerstag. Wir machen das eins, ich lasse mir jetzt noch die Woche Zeit nach dem Video und guckt mal, ob ihr nur eine Idee hättet, welche Platte euch noch interessieren würdet. Dann schreibt mir das bitte noch in die Kommentare, weil dann nehme ich diese noch dazu. Also dann kaufe ich die noch, das ist kein Problem. Jetzt haben wir schon genug Geld investiert, jetzt können wir das auch noch investieren. Es ist ja für einen wirklich tollen Erkenntnis wert. Und dann einfach in die Kommentare schreiben und ich gucke mir das an. Ich kann jetzt keine zehn Platten aufbauen, aber dann nehme ich halt noch zwei Platten oder eine oder zwei Platten dazu. Also wenn es spezielle Platten noch gäbe, die müssen aber immer um die 110, 120 Watt rumliegen. Weil das soll schon alles gleich sein. Also es macht jetzt keinen Sinn, eine Platte hinzulegen mit 80 Watt Peak oder mit 160 Watt Peak. Weil der Vergleich wird ja dann so ein bisschen hinken. Also ich denke, das war oder wird eine tolle Sache. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich wieder, genauso wie über ein Like. Und wie sagt der Markus von Fan4Van immer, wenn ihr richtig bekloppt seid, dann drückt ihr auch nur auf den Abo-Button. Also auch da würde ich mich natürlich tierisch freuen. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Daumen hoch und alles Gute. Ciao, ciao. und auf. Untertitelung des ZDF, 2020